Daniel Aminati und seine Frau Patrice haben nach turbulenten Zeiten Grund zur Hoffnung. Sie lernten sich 2018 über Instagram kennen, verliebten sich und wurden im August 2022 Eltern einer Tochter namens Charlie Malika. Das Glück der jungen Familie wurde jedoch durch Patrices schwarzen Hautkrebs getrübt. Trotz der Diagnose kämpft die 8- und 20-jährige Patrice unermüdlich gegen die Krankheit an, unterzieht sich Operationen und teilt ihren Kampfgeist auf Instagram. Nun meldet sich Daniel Aminati mit einem hoffnungsvollen Beitrag zu Wort. Das Foto zeigt ihn und Patrice, die lächelnd in die Kamera blicken. Daniel ballt seine Faust, um ihre Entschlossenheit zu symbolisieren, und hat liebevoll seinen Arm um Patrice gelegt. Im Hintergrund sind Sportgeräte zu sehen. In seinem Beitrag betont der 49-jährige Moderator, gestern Abend konnten wir mal wieder gemeinsam trainieren. Bewundernswert, wie meine Frau trotz der Krankheit und der anstrengenden letzten Wochen ihren Kampfgeist behält. Er begleitet seine Worte mit Flammen, Herz und Löwen im Mois. Die rund 189.000 Follower reagieren positiv. Sie sind stolz auf das Paar, bewundern die offensichtliche Liebe und senden Genesungswünsche für Patrice. Vor kurzem feierten Daniel und Patrice den ersten Geburtstag ihrer Tochter. Trotz der Herausforderungen wird Charlie Malika der Kampfgeist ihrer Eltern vererbt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017